Es ist mal wieder Zeit, zurückzukehren in die alten Tage der Videospiele. Genauer gesagt, in die Spiele-Releases der Monate Juli und August des Jahres 1997. Viel Spaß! Reist mit mir zurück in die Vergangenheit und blickt auf die Videospiele-Releases des aktuellen Monats vor 27 Jahren. Time War! Karmageddon war jenes provokante Rennspiel, was PR-technisch fantastisch beworben wurde. Also vor allen Dingen der Typ mit dem Lenkrad in der Hand, völlig in Rot gehalten und diabolisch grinsend, hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Und die Tatsache, dass man dort Fußgänger überfahren konnte. Wobei, in der deutschen Version wurden diese gegen Roboter ausgetauscht und das hat zumindest meinen damals jugendlichen Geist ein wenig, ja, den Wind aus den Segeln genommen, diese Version irgendwie zu erwerben. Ich meine, aber mal in die US-Version reingespielt zu haben und ich habe nicht wirklich Erinnerungen, ob das Spiel gut ist oder schlecht. Ich befürchte eher gar nicht mal so gut, was hängen geblieben ist, dass man auch gewinnen konnte, wenn man die gegnerischen Fahrzeuge einfach verschrottet hat. Einfach immer schön reingerammt, in bester Destruction-Derby-Manier und dann hat man das Rennen auch gewonnen. Oder man war einfach als Erster im Ziel da und so hat man den Sieg dann auch heimgetragen. Karmageddon, irgendwie ein kurioses Ding und auf jeden Fall ein Spiel seiner Zeit. Herx Adventure, ey, das habe ich damals auf der Playstation 1 gespielt und ich muss sagen, das war eine wilde Zeit. Zumindest was die eigene Anspruchshaltung anging. Denn Spiele, die mussten für mich damals in 3D sein. Polygonal, 3D, das ist die Zukunft, ja. 2D-Altbackener-Kram möchte ich nicht mehr. Und trotzdem gab es dann immer mal wieder den einen oder anderen Titel, der dann doch in 2D-Grafik, äh, ja, uns präsentiert wurde. Und so liebevoll, so schön daherkam, dass ich ihn dann doch genommen habe und gleich in die Playstation gepackt habe. Und so ein Titel ist Herx Adventure gewesen. Ja, Herx Adventure, eine wilde Mixtur aus verschiedenen Elementen. Wir haben da zum Beispiel Diablo vom Spielsystem her. Ist ein Hack-and-Slay-Spiel, ja, du läufst durch die Gegend und boxt alle Gegner nieder. Dann haben wir eine Prise God of War drin, ja, das liegt zum einen am Setting. Wir sind im antiken mythologischen Griechenland als Herkules in dem Fall unterwegs oder einen seiner Gefährten. Um Persephone, die Göttin des Frühlings, wenn ich mich recht erinnere. Persephone war die Tochter von Zeus und Demter. Sie wurde von Hades entführt und zur Königin der Unterwelt gemacht. Ihre Geschichte erklärt den Wechsel der Jahreszeiten. Winter, wenn sie bei Hades ist und Frühling, wenn sie zurückkehrt. Ja, äh, ausfindig zu machen bzw. diese zu befreien oder erretten. Ja, Hades muss weg. Und so schnetzeln wir uns durch die einzelnen Götter. Welten und auch Götter als solches. Wir begegnen ihnen und die sind alle ziemlich schräg. Und das Ganze erinnert mich dann doch an Monkey Island, zumindest vom Humor und von der grafischen Anmutung her. Das ist sehr comicmäßig gehalten. Und das kommt nicht von ungefähr, denn LucasArts höchstpersönlich war hier mitbeteiligt. Ich finde, das merkt man einfach. Und Hercs Adventure, ein wundervolles Spiel. Entweder alleine oder zu zweit im Couch-Koop. Kann man super spielen. Macht das Spiel sogar noch etwas leichter. Und auch spaßiger meiner Meinung nach. Ihr könnt das Ganze entweder auf der Original-Hardware spielen oder ihr besucht den Playstation-Store. Da gibt es das gerade für einen Fünfer oder so. Also es ist wirklich eine absolute Empfehlung meinerseits. Und auch vielleicht ein kleiner Geheimtipp für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. So, they shall defeat you. And then you shall serve me in the land of the dead. King of Fighters 97. Der tradierte Prügler auf dem Neo Geo, zu dem ich nicht wirklich einen Bezug habe. Denn das Neo Geo war mir viel zu teuer und ich konnte es mir nicht leisten. Allein die Spiele, hunderte von Merkern, das ging einfach nicht. Jetzt allerdings, viele Jahre später, habe ich mir das Neo Geo Mini geholt. Und da ist dann auch King of Fighters 97 mit an Bord. Und was soll ich euch sagen? Soweit ich das beurteilen kann. Ich bin jetzt wirklich nicht der größte Experte in Sachen Kampfspiel. Aber ich finde es gut. Es spielt sich sehr gut. Also die Spielbarkeit der Reihe ist sowieso gegeben. Und ich denke mal, unter Fans ist das auch ein Titel, der einen gewissen Impact hat, wie man so schön sagt. Denn ich weiß, dass es ein Ende markiert. Das Ende einer storytechnischen Saga. Und die soll wohl sehr gut zu Ende geführt werden. Außerdem gibt es 35 Charaktere, die man freispielen kann. Wahnsinn. Also ein Content-Monster. Kaufen sage ich. Kaufen. Geradezu. Und eines, was die Ewigkeit überleben wird. Was man auch an den zahlreichen Portierungen sieht. Ich meine, vor zwei Jahren oder so kam erst die iOS-Version raus. Also das Spiel wird einfach nicht vergessen. King of Fighters 97. The story moves. You are my best. GoldenEye 007. Haben wir damals bei meinem Onkel auf dem Nintendo 64 gespielt. Er hat es aus Holland importiert oder mitgebracht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wenn du das hier siehst. Auf jeden Fall musste er das tun. Denn das Spiel war bei uns indiziert. Also bis vor kurzem konnte man das Spiel ja auch nicht legal erwerben. Mittlerweile geht das alles. Und ja, es ist heutzutage ein altbackener Ego-Shooter. Aber damals, damals war das wirklich technisch ganz weit vorn. Allein das Treffer-Feedback. So viele Treffer-Zonen. Die Gegner haben sich in den Hals festgehalten, wenn du ihn in den Hals geschossen hast. Oder je nachdem, wo du ihn getroffen hast, ist er zusammengesackt. Und das war schon wirklich beeindruckend auf rein technischer Ebene. Dann natürlich noch Splitscreen und Couch-Koop. Ein Spaß für die ganze Familie. Haben wir natürlich auch ordentlich zelebriert. Und war auf jeden Fall eine tolle, tolle Erinnerung, die ich daran hatte. Oder habe besser gesagt. Und ja, ist ein bedeutsamer Shooter. Vor allen Dingen, weil er auch gezeigt hat, dass er, ja, dass man Shooter auch auf Konsolen spielen kann. Das war ja lange Zeit eher dem PC vorbehalten. Aber GoldenEye war so einer der ersten Shooter, wo es dann zumindest in meiner Wahrnehmung ziemlich gut funktioniert hat, diesen auch auf einer Konsole zu spielen. Tetris Sphere, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, nimmt die beliebte Tetris-Formel und gibt dem Ganzen ein dreidimensionales Gewand. Das heißt, kugelförmig müssen wir eine, ja, fast schon eine Welt mit Tetris-Blöcken bedecken. Zumindest sieht die Optik so aus. Und das kann sicherlich Spaß machen, wenn man auf dererlei Geschicklichkeits-Puzzle-Spiele steht. Ich bin jetzt nicht der größte Tetris-Fan. Ich habe lediglich das Ur-Tetris auf dem NES gespielt. Mehr nicht. Mit Ausnahme vielleicht von Mickey Mouse. Tetris fällt mir gerade noch ein oder vielleicht auch den einen oder anderen Tetris-Klon. Aber trotzdem habe ich es nie mit Leidenschaft gespielt. Und das wird auch Tetris Sphere wahrscheinlich nicht ändern. Trotzdem irgendwie ein ganz cooler Titel für Fans. Shadow Warrior ist erschienen. 1997 das FPS-Shooter-Spiel mit dem Katana-Schwert. Na, wer erinnert sich? Leider gar nicht mal so viele. Ich finde, dieses Spiel müsste viel weiter oben in der Riege der Top-First-Person-Shooter stehen. Ja, direkt hinter Doom. Denn das Spiel ist großartig. Es ist schnell, es ist brutal. Man hat ein Katana-Schwert. Hallo? Es hat ein Reboot erhalten vor einigen Jahren, wo auch ein zweiter Teil entstanden ist. Aber irgendwie hat das nicht dazu geführt, dass die Reihe jetzt so viel bekannter geworden ist. Damals ist es wirklich ein bisschen untergegangen, was sehr schade ist. Aber dank der mittlerweile erhältlichen Redux-Version, die es auf verschiedenen Portalen zu erwerben gibt, haben wir auch die Möglichkeit, das Spiel auf modernen Rechnern zu spielen. Und es sieht heute noch super aus. Es ist super schnell. All das, was ihr von einem guten Shooter der alten Schule erwartet, bekommt ihr hier. Also wer es nicht kennt, gerne mal reinspielen und loslegen. Und das war die kurz und knackige Zeitreise zurück in die Monate Juli und August des Jahres 1997. Wenn ihr damit Spaß hattet, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert doch diesen Kanal. Das wäre fantastisch. Mich freut's. Das Projekt wird unterstützt. Alle sind super draus. An dieser Stelle hier ungefähr, da gibt es auf jeden Fall noch mehr Zeitreise-Action. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.